Hi und herzlich willkommen auf dem Douglas-Kanal. Mein Name ist Ali, falls ihr mich nicht kennt. Und meine Aufgabe wird es heute sein, euch diesen wunderschönen K-Pop-inspirierten Look zu zeigen. Ich habe mein Make-up komplett gemacht und meine Haare komplett gemacht für euch. Das heißt, ihr werdet alles lernen heute. Der Look kommt aus dem neuen Blackpink-Video von Pink Venom. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, da sind so geile Looks drin. Ich wusste gar nicht, dass ich den ich nehmen sollte, aber ich habe mich für diesen hier entschieden. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look gemacht habe, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn der ist eigentlich recht einfach und ich kriege das auf jeden Fall hin. Ich habe es schon mal vorgelegt mit einer glowy, natürlich aussehenden Base. Und das bleibt jetzt auch erstmal so, denn wir machen jetzt mal die Augenbrauen. Ich starte direkt mal mit dem Essence Brow Powder in der Farbe 02 Dark and Deep. Ich fange auch bei der helleren Farbe der Palette an und male jetzt erstmal ganz, ganz vorsichtig meinen Augenbrauen nach. Das soll echt sehr, sehr soft aussehen. Ganz hinten nehme ich noch so ein bisschen von der dunkleren Farbe aus der Palette und mache da auch noch so ein bisschen Tiefe mit dazu. Mit so einem Augenbrauenbürstchen gehe ich da jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen durch. Wie gesagt, das soll sehr weich aussehen. Das heißt, ich verblende das einfach richtig ineinander. Und das Gleiche mache ich wieder auf der anderen Seite. Okay, das sieht jetzt momentan noch ein bisschen übertrieben aus, weil ich noch gar nichts anderes im Gesicht habe, sozusagen. Aber deswegen nehme ich jetzt einen Eye Primer und zwar den von Anastasia Beverly Hills. Ich zwinge mich gerade dazu, dass es auch soft bleibt mit einem riesigen Foundationpinsel, weil ich gar keine so richtige Linie da malen will. Und der Eye Primer kommt natürlich auch aufs Auge. Sehr logisch. Ich habe es hier noch von Morphe, das Supreme Brow Sculpting and Shaping Wax in Clear. Das ist aus diesem Set hier. Und davon nehme ich auch echt nicht viel, sondern mache nur so ein kleines bisschen in die Augenbrauen, damit die eben in die richtige Richtung zeigen. Fluffy Brows sind am Start, würde ich sagen. Ich nehme jetzt auch noch das Augenbrauen Puder aus dem Set von Morphe und setze das noch an so ein, zwei Stellen drüber, wo ich noch so ein kleines bisschen mehr Definition haben will. Ich finde immer, wenn das Augenbrauen Gel drauf ist, dann sieht man, wo noch irgendwo ein paar Lücken sind und so. Deswegen mache ich das immer ganz gerne am Schluss. Auf das Augenmakeup freue ich mich zu sehr. Ich habe jetzt die Natural Flirt Palette von Morphe. Die hat einfach einige so super schöne Rosé-Töne, was perfekt für diesen Look ist. Und ich nehme erstmal die Farbe Come Here Often. Und die kommt jetzt erstmal aufs komplette Lid, weil eben alles wirklich soft sein soll. Das heißt, wir setten so ein bisschen unseren Eyeshadow Primer. Jetzt gehe ich mit einem super großen, flauschigen Pinsel in Touchy Feeling. Das packe ich jetzt ganz, ganz grob mal aufs Lid. Wichtig ist, dass alles super gut ausgeblendet ist. Da sollen jetzt gar keine harten Kanten sein. Und da setze ich jetzt die Farbe Too Swoon noch aufs Lid. Ich nehme auch immer nur so ganz wenig Produkt, weil ich nicht ein super krasses Augenmakeup haben will. Jetzt fängt es langsam an, interessant zu werden. Ich habe hier den Make-It-Big Eyeliner von Morphe. Und mit dem machen wir jetzt erstmal einen relativ dünnen, aber langen Eyeliner-Strich. Ungefähr so. Wir kommen gleich nochmal auf den Eyeliner zurück, aber ich nehme jetzt die Jaclyn Hill Volume 2 Palette. Und zwar diese Pink Duo Chrome I'm In It Farbe. Und die packe ich mir jetzt erstmal unter die Augenbraue. Relativ großzügig. Und das Ganze kommt jetzt auch noch in den Innenwinkel. Auch relativ großzügig, aber stärker als oben. So weißt du, gut. Es kommt jetzt schon mal Mascara. Das ist die Lash Brack von Anastasia Beverly Hills. Ich mache jetzt nur ein bisschen drauf, weil wir gleich Wimpern kleben. Ich bereite mir jetzt schon mal die Wimpern vor. Und zwar habe ich jetzt hier die Essence Lash Like a Boss Wimpern. In 06 Irresistible. Und während da der Wimpernkleber antrocknet, machen wir jetzt noch ein bisschen was anderes. Und zwar brauchen wir jetzt noch ein paar Punkte. Sie hat jetzt hier an der Augenbraue zum Beispiel einen Punkt. Und dann hier außen nochmal. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Dann kleben wir mal die Wimpern auf. Die sind cute, oder? Gerade wenn so ein bisschen die Haut sehr natürlich aussehen soll, ein bisschen glowy sein soll, sind Creme-Produkte meistens die bessere Wahl. Und deswegen nehmen wir jetzt den Lippenstift als Blush. Das ist der Hydra Matte Lipstick von Essence in der Farbe 401 Movement. Und ich nehme den jetzt einfach mit einem Puderpinsel auf. Und das Blush, das setzen wir relativ hier oben an. Also so ein bisschen unter die Augen sogar. Und nach hinten ziehen. Bevor wir das Ganze jetzt endlich setten, habe ich jetzt hier noch von Morphe und Maddie Ziegler einen Highlighter Stick in Eye Dew. Und das Coole ist, der hat nämlich keine wirkliche Farbe, sondern das sieht einfach aus, als wäre eure Haut so natürlich am Glown. Das ist genau das, was ich gerade wollte. Ansonsten ist es eigentlich relativ matt, deswegen pudere ich jetzt eine Runde endlich mal ab. Und weil es dann einfach perfekt zusammenpasst, nämlich den gleichen Lippenstift, den ich als Blush genommen habe, und natürlich auch als Lippenstift. Ich finde, das sieht schon mal richtig cute und richtig fresh aus. Aber wir müssen noch die Haare machen. Und das wird ein bisschen schwieriger, weil ich bin sehr schlecht im Haare machen. Wir schaffen das. Im Original gibt es natürlich einen Pony. Den habe ich jetzt nicht, aber das macht ja nichts. Ich muss jetzt erst mal so ein bisschen abteilen. So vom Ohr schräg nach oben. Die klemme ich jetzt erst mal nach hinten. Gleich ist auf der anderen Seite. Okay, das muss jetzt relativ eng anliegen. Ich habe nicht so viele Haare, deswegen nehme ich jetzt mal ein paar Extensions und klippe die da noch mit rein. Das heißt, ich setze die jetzt hier an. Sieht schon mal gut aus. Wir müssen das jetzt flechten. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen was weg. Ich flechte das jetzt auch so weit runter, wie ich nur irgendwie kann. Jetzt versuchen wir jetzt mal da rumzuwickeln. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber sowas ist für mich immer Glückssache, ob es gut aussieht oder nicht. Okay, wisst ihr was? Ich flechte das auch schon mal. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal nochmal alles fest zu pinnen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Okay, wie eben auch schon eins flechten. Und wir pinnen wieder alles fest. Stille der Weide, ob auch alles gut aussieht. Sie ist cute. Ich mache mir so ein paar kleine Locken rein. Tada! Wie absolut cute ist das bitte. Ich bin einfach so mega verliebt. Natürlich fehlt noch was ganz Wichtiges, und zwar das Outfit. Ich habe sowas ähnliches nachgekauft, wie aus einem Musikvideo. Okay, Leute, das hier ist dann der fertige Look. Ich bin so hyped. Ich bin so cool. Ich finde es richtig schön. Ich wünsche, ihr könntet sehen, wie schön dieser Duochrome Pink schimmert. Wenn euch eine Look gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Natürlich findet ihr auch alle Produkte, die ich benutzt habe, in der Infobox verlinkt, wenn ihr irgendwas nachshoppen wollt und vielleicht auf den Look nachschminken wollt. Ich persönlich würde mich sehr freuen, eure Looks dazu zu sehen. Lass mir auch gerne ein paar nette Kommentare da. Ich lese sie persönlich auch immer. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachstylen. Tschüss!